Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer, wir bringen heute ein wichtiges Gesetzgebungspaket hier auf den Weg. Anspruchsvolle Arbeit liegt hinter uns und wer hier wen überfordert hat, das muss man vielleicht auch der öffentlichen Bewertung überlassen. Ich stelle jedenfalls mal fest, dass wir hier einen Gesetzentwurf gehabt haben, der von den Sachverständigen unisono in der Sachverständigenanhörung zunächst einmal sehr stark kritisiert worden ist. Wir haben uns dann aber in sehr konstruktive Beratungen begeben. Wir haben uns gerade auch seitens der Union mit sehr guten Vorschlägen eingebracht, die auch von den Experten ausdrücklich gelobt worden sind. Ich glaube, das Ergebnis, das wir hier heute vorlegen, kann sich jedenfalls sehen lassen. Bei dem heutigen Projekt hier geht es um sehr, sehr viel. Es geht um nicht weniger als mal wieder um den Primat der Politik, um die Frage, wer bestimmt die Regeln. Das knüpft eigentlich an oder erinnert mich jedenfalls auch an die Diskussion, die wir hier vor einigen Jahren geführt haben um den Primat der Politik gegenüber den Finanzmärkten. Auch da ging es darum, wer bestimmt eigentlich, gegen welchen Staat gewettet werden kann, wie die Regeln lauten. Auch da ging es darum, durchzusetzen, dass der demokratisch legitimierte Gesetzgeber mit den Regeln, die wir aufstellen, für die analoge Welt, für die digitale Welt uns durchsetzen. Darum geht es auch hier im Internet. Das dürfen wir nicht den Konzernen überlassen, die das bisher getan haben. Wir dürfen es nicht den Konzernen überlassen, die die Holocaust-Lüge für nicht so schlimm halten, die aber auf der anderen Seite jeden Busen eliminieren, egal ob das jetzt ein medizinischer Kontext ist oder was auch immer. Wir dürfen es auch nicht den Hetzern und Mobbern überlassen, die meinen, dass sie Anstandsregeln komplett hintanstellen können, sondern wir müssen wirklich durchsetzen, dass wir die Regeln machen. Das ist nicht leicht. Viele Netzwerkbetreiber haben sich da eine Zeit lang jetzt überhaupt nicht drum geschert und nur ganz mühsam auf großen Druck mal reagiert. Das ist aber auch technisch nicht einfach. Das muss man auch zugestehen. Es ist aber trotzdem, das denke ich, in der Abwägung notwendig, auf jeden Fall das zu tun, was möglich ist. Denn sonst bleibt die Schülerin eben schutzlos, die in der Umkleide fotografiert wird, deren Bild dann in die Netzwerke gesetzt wird. Es bleibt der Politiker, die Politikerin schutzlos. Es bleibt der Schiri schutzlos, dem nach dem Spiel gedroht wird. Und das geht nicht. Deshalb ist es gut, dass wir heute die Facebooks dieser Welt in die Pflicht nehmen. Wie das funktioniert? Innerhalb von 24 Tagen müssen die eindeutig rechtswidrigen Posts gelöscht werden. Innerhalb von sieben Tagen müssen auch schwierigere Dinge jedenfalls bearbeitet sein. Wenn dann sich herausstellt, wir müssen erst rückfragen, dann ist auch dafür die Zeit gegeben. Oder eben wir haben das Angebot der regulierten Selbstregulierung eingerichtet. Ich denke, mit diesem neuen Angebot, mit dieser Struktur, die wir neu eingebracht haben, haben wir die Gefahr des Overblockings doch gut gebannt. Wir haben jetzt eben mit dieser gestuften Fristsetzung die Zeit, dass nicht schon im vorauseilenden Gehorsam unter der Androhung einer doch spürbaren Bußgeldverhängung schon im Voraus sozusagen auf Nummer sicher gegangen wird. Und deshalb vieles gelöscht wird, was hinterher doch eigentlich hätte bleiben können. Es wurde klargestellt, dass die Entscheidung des Bundesamts für Justiz, möglicherweise Sanktionen zu verhängen, nur dann erfolgen kann, wenn wirklich systemische Mängel nachgewiesen sind. Nicht die einzelne Entscheidung ist das Entscheidende oder das, was schon zum Anlass genommen werden kann, sondern nur, wenn eben insgesamt sich herausstellt, das Beschwerdesystem funktioniert nicht, es ist unterfinanziert, es ist unterbesetzt oder nicht qualifiziert. Wir haben diese regulierte Selbstregulierung eingeführt und die hat noch mehr Potenzial. Wir hätten gerne auch jetzt schon ins Gesetz geschrieben, dass auch diese Selbstregulierung schon maßgeblich mit einbezogen werden kann in die Frage, ob das System insgesamt ausreichend ist. Und das wird auch weiter auszubauen sein. Wir haben es im Gesetz jetzt angelegt. Leider wurden, obwohl wir dafür einen konkreten Formulierungsvorschlag haben, diese Vorschläge noch nicht jetzt übernommen. Mag auch sein, dass dabei das Notifizierungsverfahren ein Stück weit eine Rolle gespielt hat. Aber da werden wir jetzt nicht stehen bleiben, sondern das auch noch weiter ausbauen. Da ist eine sehr gute Systematik gegeben, um eben den Ausgleich zu schaffen zwischen der Meinungsfreiheit auf der einen Seite und Kontrolle im Sinne des Persönlichkeitsschutzes auf der anderen Seite. Wichtig ist für uns auch der Aspekt, Frau Künast hatte es angesprochen, dass dieses Gesetz eine Blaupause sein kann, auch für andere Länder. Ich glaube, dass wir hier sehr stark auch beobachtet werden, was wir hier liefern. Wir sind das erste Parlament, das sich mit dieser Aufgabe hier auseinandersetzt. Und ich glaube, auch in dem Zusammenhang ist diese Struktur der regulierten Selbstregulierung ein ganz, ganz wichtiger Vorschlag. Denn wenn sich die Erdogans oder Putins dieser Welt darauf berufen wollen, dass Deutschland ja jetzt auch das Internet reguliert und die Meinungsfreiheit im Internet, dann können wir denen entgegenhalten. Der Staat will hier nicht das Monopol dafür haben, sondern er bietet ganz konkret an, dass das ein plural besetztes gesellschaftliches Gremium macht. Und mit dem Vorschlag können sich die Diktatoren dieser Welt gerne mal auseinandersetzen. Hier stärken wir gerade nicht die staatliche Durchgriffsbefugnis, sondern die gesellschaftlichen Kräfte. Uns ist noch wichtig der Auskunftsanspruch. Denn wir sagen hier, die strittigen Dinge müssen doch vor das Gericht. Genau dieser Auskunftsanspruch ist aber die Voraussetzung dafür, dass auch einzelne Fälle vor das Gericht gebracht werden müssen und können. Deshalb auch da ein wichtiger Beitrag. Wir sind an diesem Punkt noch nicht am Ende der Diskussion, wohl am Ende meiner Rede. Deshalb bitte ich um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat der Kollege Johannes Fechner das Wort.